So, der nächste Tag! Wir sind wach! Hallo Kinder! Wie geht es euch? Hoffentlich gut! Da ist unsere wundervolle Frau! Oh, und jede Menge Essen habe ich auch noch hier drinnen! Äh, hey Fjol! Wie geht's dir? Wie geht's dir in die Wildnis? Ich habe das besorgt! Dankeschön! Können wir direkt hier reinschmeißen! So! Ähm... Hier scheint erstmal nichts zu sein, oder? Ein paar Körbisse haben wir noch! Okay, Körbisse sind recht! Okay... Ffff... Die Mauer geht schon wieder kaputt! The fuck! Wir haben Mauern los! Hier müssen wir... Den Körbisse können wir noch einmal... Danach nicht mehr, okay... Schade eigentlich... So... Körbisse, Körbisse, Körbisse... Hier haben wir was... Hier haben wir Körbisse... Hier haben wir Körbisse... Wäre leid aber... Ich brauche einfach mehr Platz... So... Machen wir ein bisschen Iridium hier... So... Zack... So... 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 Äh... Tiere... Dann haben wir uns erstmal unsere Tiere... Danke... 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 Obher... So... Okay... So... 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 Oh, die richtige Qualität. Ja, ja, ja. So, das Balken ist vorbei, okay. Erst Ding fertig. Als zweite, ne? Hier wollen wir gemäuten werden. Okay, das hier gehen wir nur alle zwei Tage im Jahr, oder? Ja, ich weiß, ob die Kugel melden. So, Schiffchen. So. Schiffchen, okay. Nicht danach und dann einmal schnacken. So, dann jetzt hier. So. Nicht viel gute, qualitative, fertige Milch. Das gefällt mir. So. Stoff haben wir noch. Und Milch hier reinschmeißen können. So, Stoff, zack. So, gut. Gehen wir hier durch. Gehen wir mal eben schnell das weg, weil dann können wir die Trüffel noch von hier oben holen. So. Ne, bin ich falsch. Hier war die Trüffel. Ne, doch falsch. Doch, richtig, ne? Die Trüffel. So, eben schnell hier rein. Ähm. Blup. Blup, 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 blup. Blup. So, wir müssen ja momentan keinen Gewinn machen, sagen wir mal. Weil wir alles noch haben. Hier haben wir noch Stoff drin, den kann man wegbringen gleich. So, erstmal jetzt hier hin und den ganzen Trüffel widmen. Blup. 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 Genau, mit einem ganzen Schwein anfreunden, damit ich, damit es mir noch mehr Trüffel geben. So ein Schwein kann, glaube ich, zwei Trüffel am Tag geben, ne? Gibt euch das auch nicht. Hier haben wir einfach voll. So. Einfach voll mit Trüffel. Komm, da noch einer. Junge, Junge, Junge. So, für Trüffel, wir können gar nicht zählen. Ich bin reich. So. Hier noch. Außer ich könnte jetzt irgendwie noch mehr Trüffelmaschinen bauen, ne? Dann wär cool. So, mal so mal zu auf jeden Fall. So. Und hier noch. So. Nein, ich will das Ding mitnehmen. Danke. Danke. So. 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 Ich hab neue Videoqualität. Cool. Nein, ich will es nicht essen. So, dann. So. So. Dann kann ich mich nicht bewegen. Nicht der Vorstand. Ah, mei. So, haben wir das, das, das. So. So. So, dass wir jetzt noch nicht vererden gehen. So. Den Sternfrüchten aus? Oh, nix gerade. Okay, ja, hier auch noch eine Menge... Begrifflich scheinbar. Hallo ihr Schweinchen, so, dankeschön. Heilig! Oh, hat's gepasst? Oh! Mein Tor ist kaputt. Beziehungsweise ist es halb kaputt gewesen, oder? Jetzt geht's wieder, hä? Ist das selber, oder? Einfach dran, zack, Alter. Oder wie? Hm. So. Ich hab noch eins. So. Okay, was bringen wir die Iridium-Sprengler? Vielleicht ist es zu denen. Mehr Reichweite, glaub ich, ne? Ja. Deutlich mehr Reichweite. So, Trüffel da rein. Hm, hier. Zack, zack. Okay, gut. Ähm. Wir gehen in die Stadt. Wir haben alle Tiere abgearbeitet, soweit ich weiß, ne? In die Stadt jetzt. Wir wollen... Oh, ganz übersehen. Ähm, wir wollen... Wir gehen mal in die... Vielleicht hat der Laden noch was? Für uns? Na, hier. Einfach mal an. Vielleicht irgendwas für uns, was cooles, neues. Saatgut, Saatgut, Saatgut. Wir haben die schon, ich weiß nicht. Weintrauben haben wir die. Haasbindelrezept. So, mit Rezept. Erst nehmen wir Essig. Qualitätsdinger. Bei meinem Blumenstrauß. Schön, schön. Dann können wir einfach mit dir quatschen. Hi. Da unten. Hm. Kann ich einfach Zeug spinnen oder was? Vielleicht wird vielleicht auch das mal mit euch quatschen, ne? Ich will eigentlich... Okay. Ich will eigentlich mit dir quatschen. So, danke. Kann ich mich einfach mal... Ein bisschen Beziehung aufbauen. So. Ja, guck mal, das ist die Evelyn. Die uns besucht hat auf unserem Hof. Kommt mir auch mal hallo. Ähm. So, ich wollte zum Smooth. Ne, ist auch noch was. Und die großen Aufträge. Senfkohl. Ich hab keinen Senfkohl, soweit ich weiß. Direkt auch 100 Dinger. Heißt, das Spiel sagt dir damit so. Ja, mach große Aufträge. Oh ja. So, was haben wir hier? Ne Brombeere. Cool. Oh ja. Oh ja. So, und was ist das denn? Elekortort im Hof. Entsteckt zu Hause. Wird beim... Vermauten. Okay. Dann können wir uns auch teleportieren. Stimmt das genau noch? Kommt ja dabei ja was. So, und hier... haben wir so gut wie... ...Wertig. Irgendwo. Haben wir noch ein bisschen was, oder? Äh. Ne... Ach guck mal, da sehe ich sogar jetzt, wann ich... ...warte mit denen gequatscht habe. Cool. So, hier wünscht ich lieber ein Level ab. Hier gibt mir auch noch ein bisschen was. So... ...Ineralien haben wir alle. Artefakte von OMS. Okay. So... Gehen wir mal zu ihm. Hallo. Wettzeug verbessern. Ein Kupfermülleimer ist. Wenn du einen Gegenstand entsorgst, er hältst du 50% des Wertes zurück. Wieso kann ich denn, weil ich keine Kupferbarren dabei habe? Oh. Hier kann ich ein paar Erze kaufen. Wow. Okay. Wollen wir den Mülleimer verbessern? Wollen wir... ...die mich Kupfer da reinschmeißen? Oh. Sehr viel Mülleimer gibt es hier plötzlich. Fällt mir gerade so auf. Hm. Oh! Der Jojo-Markt ist geschlossen. Ui. Haben wir ihn vertrieben? Weil wir zu gut waren. Weil wir uns dagegen hingestellt haben. Wir haben doch nicht die Karte von ihm, ne? So. Ne, haben wir nicht. Okay. Hm. Wir holen mal ein bisschen, würde ich sagen. Da kann man ja nicht lang. Da kann man einen kleinen Steinchen hängen. Nice. So. Okay. Okay. Hier in dem Haus waren wir auch schon... Waren wir fertig, ne? Hier? Oder hab ich alles gemacht gerade? Ja. Vielleicht da noch? Ja. Haben wir alles gemacht. Ja, der große ist safe noch, ne? Irgendwie. Aber hier mit? Kann man was machen? Ne. Na gut. Dann nicht. Ich weiß nicht, wie lange die Leute auf waren. Bis 18 oder 17 Uhr. Hier nach oben nochmal hin. Schauen wir mal hier. So. Ah, ist schon weg. Schade, oder? Hört gar nicht auf. Wollen wir das irgendwo angucken? Kann ich auch noch rein? Verschlossene Freunde von Maro können einen treten. Oh. Sind wir nicht friend genug mit? Okay. Hier war der Penner. Oder? Nein, ich will nichts essen. Hallo. So. Hier rein. Oh, der Penner ist auch nicht da. Wie ist der Penner? Ich weiß es nicht mehr. So. Schaut das aus. Hier ist der Zug gewesen. Ist hier oben noch was? Oh, guck mal hier. In der Höhle. Okay. Wo bin ich hier? Achso, ach, hier bin ich. Oh. Ah, na hier. Dunkler schreiender. Deine Kinder werden zu Tauben und davonfliegen. Eine Christmastelbe als Apfer darbieten? Nein. Dunkler schreiender Erinnerung. Die Statue schaut durch dich hindurch. Okay. Dunkler schreiender Erinnerung. Der alte Magische Siegel des Schutzes. wird aufgehoben. Das wird das Monster bei Nacht auf deinem Hof kommen können. Ein komisches Brötchen als Apfergabe darbieten? Ne. Das ist vermutlich eine schlechte Idee, deinen Zahnarm dort hineinzustecken. Ui. Mal hier. Ach, jetzt bin ich bei ihm gelandet. Hier kann ich mein Aussehen, glaub ich, einander. Apfergabe von Fünge darbieten, um deinen Aussehensländern? Ne. Bin zufrieden mit meinem Aussehen. So. Hi. Manchmal brauchte ich insgesamt die Stadtbewohner. Okay, haben wir auch noch was? Hier kann ich nix mehr. Schade, jetzt bin ich hier oben. So schnell geht das. Irgendwie ist hier auch kaum Blut. Hab ich immer sonst alles feil gewesen, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin. Und ich hab die Bäume auch immer gefällt, ne? Oh, sie ist hier. Ui. Hi. Das will was cooles für mich. Winterseite. Glücksmahlzeit. Pulpe. Sommerschmuck. Eine tropische Blüte, die in feuchten Sommerluft gedeiht. Hat ein süßes, durchschnittliches Aroma. Eine Seegurke. Gebratener Tintenfisch. Gebratener Tintenfisch. Geenrose. Kugelfisch. Kugelfisch. Kugelbürohacker. Ich nehm meinen Vogelscheuche. Oh. Brauchen wir leider alles nicht. Brauchen wir leider nicht. So. So. Gut. Da wir jetzt aber relativ gut durch sind, würde ich sagen, dass wir ein bisschen harten. Ne? So. Genau. Äh. Und dann gehen wir morgen mal zum Willi. Na komm. So. Irgendwas. So. So. Jetzt nix. Ne. Ich kann noch Junt. Irgendwie kann man noch rein. Überall noch Hortholz. Der liegt sogar noch. Leu. Guter Bursche. So. Zack. Ok. Na komm. Ich bin richtig. Zwölf Hortholzangebot. Wow. Ich nicht viel. Aber jetzt ist sie auch weg. Guck mal. Oh. Ok. Uff. Ein Häschen. Oh. Ich glaube das ist ein Klee von den Würmern. Schade. So. So. Gut. Hier haben wir uns noch zum Looten. Nehmen wir mal so die Reste jetzt gerade. Morgens um die Tiere kümmern. Dann mittags zurückholen. Und abends dann die Reste. wieso ne. Oh. Der Wein ist fertig. Ui. Uiuiui. 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 Was mache ich denn jetzt nur? So, hier kann glaube ich das rein, ne? Hm, kommt das Öl hier rein? Ne. Das scheint hier reinzukommen, ne? Ja. Kommt da rein, das Zatholz kommt da rein. Heiber Monster Drop? Ja, die kommt einfach auch hier rein. Die Pilze. Da kommen wir da rein. Die Pilze, die kommen anders rein. Wache, Expresso. Das kann da rein. So, die Gießkannen habe ich eigentlich normal so, wenn ich gießen müsste. Soll ich nicht gießen? Muss... ja, brauche ich es ja auch nicht. Hier rein? Ne. Da rein? Ne. Ach, hier haben wir ja. So, so, so. Okay. Äh, wir nehmen mal Mais mit. So. Nein, nein, nein. Ja. Ja. Fisch das Ding. So, da kann ich mal eine Truffel nochmal mitnehmen. Nehmen wir einfach nochmal die... Auffrucht mit. Nehmen wir einfach nochmal mit. Ach du meine Güter. So, ich glaube, die kommen dann alle nach da unten rein. So, in die... Ah, gar. So, das tun wir da mal rein. Dann gehen wir hier noch eben hin. Und so, über die duzelzischen Trüffel. Hier nochmal ein paar Trüffel reinschmeißen. Und so Trüffel mal wegkriegen. Sag ich mal, ne? Nein, so, so. Zack, zack. Trüffelproduktion und was da her? So, jetzt können wir langsam mal, glaube ich, ein bisschen Trüffel abbauen. Guck, guck, guck. So. Was ist denn jetzt mit dem Wein am besten? Nehme ich die auf? Lager ich die ein? Habe ich hier Wein gelagert? Die Weine? Ich würde sagen, ne. Ist auch nicht drin. Stalfrucht her. Hier. Oh. Achso, hier komme ich doch den Wein her. Okay. Dann mach ich doch den Wein. Verkaufe ich die, oder was? Neh. Schauen wir uns jetzt einfach mal hier rein erstmal. Glaub ich doch jetzt da rein getan, ne? Okay. Schauen wir mal, was da passiert. So. So, tue ich mal nach oben. Mit dem wurde wahrscheinlich viel Energie, ne? Ah, geschön. Ich kann auch da aufzeigen. Okay. Hier noch. Öl, Essig. Achso, hier machen wir noch ein bisschen was. Ach, deshalb hab ich mich früher mal berufen mit dem Müsli-Riegeln, ne? Und dem Brot. So. Fuck. Ja, wer ist denn drun? Was ist denn da drin? Kaffee. Pia. Gäueln Bier. Schaut denn jetzt hier unten aus? Komm mal eben? Hm, tut sich langsam was. Und langsam... Sooo, haben wir noch hier was? Gut, für nächster Tag. Oh. Ein bisschen Geld. Nicht viel, aber ein bisschen.